Oh oh, was geht hier ab? Komm, 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 nein, 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 du Arschgesicht, du elendes. Verdammt. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Immer noch in der Haut von Jacob Fry. Und ich würde sagen, wir machen direkt mit der nächsten Hauptstory weiter. Da könnte ich mir die doch, oder das heißt, warte mal, ich hab, ähm, da, ähm, oh, guck mal, was haben wir hier? Komm, na, na, das nehme ich doch glatt noch mit, kurz, wenn ich da, das, das liegt ja, das ist ja schon fast, ähm, liegt das ja auf, vor meinen Füßen sozusagen. Ups. Jawohl. Lasst mich doch mal da durch, bitte. Bitte, 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 danke. Und dann würde ich gerne mal zu einem Händler. Händler. Ah, der ist wieder kalt doch da. Dann schnappe ich mir mal den hier kurz. Dann füllen wir mal wieder alles auf. Ja, ich weiß, die, die letzte Folge, die war nicht so grandios, ne. Da wäre natürlich jetzt eine Kutsche nicht schlecht. Na, komm schon, du Sack. Na, also. Geht doch. Ähm. Ich bin falsch. Jihau. Weiter geht's. Mal die Straße entlang rennen. Äh, das ist natürlich weit. Relativ natürlich. Ich meine, das geht noch. Wo ist er denn, mein Händler? Weiter geht's. Na, komm schon. Hoch da. Jihau. Komm schon. Komm schon. Hier muss ja der Händler irgendwo sein. Jihau. Sehr schön. Na, komm schon. Geh doch da. Was ist denn heute los? Sag mal. Packt heute ein bisschen rum. Jawohl. Alles auffüllen. Jawohl. Sehr schön. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwelche Upgrades oder sowas? Na, komm mal her. Fähigkeiten. Lalalalalala. Inventar. Farben. Ja, Farben. Okay. Ja, muss ich alles kaufen, ne? Bleh. Fui gaga. Upgrades. Fortschritt. Logbuch. Inventar. Monturen. Farben. Upgrades für Ausrüstung. Das haben wir ja eigentlich alles schon, ne? Ja. Ne, können wir eigentlich gerade nichts machen, so wie es aussieht. Gut. Egal. Gehen wir weiter. Und zwar wollen wir ja diesen hier machen. Und das ist halt wieder geil. Einfach genial hier gemacht. Diese ganzen Details bei Assassin's Creed, ich finde sie einfach nur mehr als genial. Ja, komm, dann wollen wir mal weitergehen. Ja, ich finde es einfach, Assassin's Creed, ich mag es einfach, ich bin einfach riesen Fan. Auch da. Jaha. Rüber. Jaha. Sehr schön. Spider-Man Styles. Und über die Wäscheleine. Nice. Wo genau ist denn das? Wo muss ich denn hin? Upsa. Da wollte ich gar nicht hin. Im Bahnhof vielleicht. Na komm hoch. Geh hoch. Na also. Dann gehen wir mal da rüber. Wo genau muss ich denn da hin? Na komm. Das muss irgendwo da drüben sein. Sehr schön. Wo ist das? Wo ist denn das? Na komm. Iha. Weiter. Wo zum Hinkommen muss ich denn da hin eigentlich? Sagt mir das mal einer. Na komm. Vielleicht geht es so schneller. Oh. Ja und wie komme ich da jetzt ran? Erklär mir das mal jetzt einer. So komme ich da ran. Okay. Bing. Sehr schön. Mr. Fry. Sie sollten doch einen Termin ausmachen. Ich hatte gerade etwas Zeit. Sie haben Glück, dass ich sie mag. Hm. Verbrennungskraftmaschinen. Sieben kleine Silben, die einen großen Haufen Geld bedeuten. Die Maschinen werden Milner mit dem Zug geliefert. Fangen Sie sie für mich ab. Und der Mann ist am Boden. Zerstört. Hm. Dafür werde ich einen zweiten Zug brauchen. Und ich glaube, ich weiß auch von wem. Sind wir im Geschäft, Mr. Fry? Sie haben Glück, dass ich sie mag. Miss Attaway. Hehe. Na dann. Ich trau ihr ja nicht, aber okay. Okay. Ned Winard aufspüren. Okay. Weiter. Hehe. Sehr schön. Hiha. Komm schon. Gehen wir da rüber. Da hoch. Und weiter. Rüber da. Und runter. Ja, okay. Gehen wir da hoch. Egal. War nichts. Ich wollte eigentlich runter. Macht nichts. Nichts. Und weiter geht's. Irgendwie scheinen wir der ganzen Geschichte nicht wirklich näher zu kommen, habe ich so den Eindruck. Ja, dann gehen wir mal runter. Was soll das? Ich weiß nicht, was besser ist. Zu Fuß oder mit der Kutsche? Yeah. Na genau, da wollte ich eigentlich nicht unbedingt hin, aber was soll es? Hoch da. Hoch da. Und weiter. Ups. Na komm schon. Iha. Wo zum Henker sind wir denn da gelandet? Sagt mir das mal einer. Hoch. Hoch. Und nu? Okay. Jihah. Pams. Hä? Ich scheine mich ja immer weiter zu entfernen irgendwie. Na, dann komm mal her. Ab durch den Gegenverkehr. Ja. Bisschen wie bei GTA, ne? Ach, den soll ich befreien. Na komm, gib doch auf die Mütze her. Na, oh, du für dich. Komm mal her. Ich will auf die Pistole wechseln, verdammt. Aua. Na komm schon, du Sackgesicht. Jetzt gib's drauf auf die Mütze. Na, komm schon. Na, komm schon. Sack. Sag mal, das gibt's ja wohl nicht. Wer ballert denn denn die ganze Zeit auf mich? Der da. Bestimmt. Na, komm schon. Druf da. Aua. Aua. Na, schau her, du Sack. Na, komm schon. Na, komm schon. Aua. Verdammt. Komm schon. Ich wieder, ne? Das war natürlich wieder grandios. Du hast gar nichts. Komm her, du Sack. Na, komm schon. Na, komm. Na, komm schon. Na, also. Geht doch. Alter. Alter. Wie, wie befreie ich denn den jetzt? Ach, du bist das. Warum glauben Sie, dass ich was von Ihnen will? Vielleicht habe ich Sie aus reiner Herzensgüte gerettet. Gut, ich sage Ihnen, worum es geht. Milner hat viel Fracht geladen. Kommen Sie sich nur um den Transfer. Geben Sie es Ihnen. In. Jawohl. Und zum dritten Mal. Versuch Nummer drei. Ähm. Ich werde es raus... Ich habe es hier mal geschnitten. Weil ganz ehrlich, ich bin jetzt zweimal gestorben. Hallo. Und zwar, weil ich es einfach gar nicht geschnallt habe, was die von mir wollen, teilweise. Na, komm. Und es scheint gerade heute so zu sein, dass ich mit der Steuerung massive Probleme habe. Beziehungsweise, das scheint zu haken ohne Ende gerade. Was? Ciao. 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 Und weiter geht's. Ja, schön. Ja, wie gesagt, ich habe es geschnitten, weil ich schon zweimal gestorben bin. Ähm, weil ich es einfach, ähm, verpeilt habe, ehrlich gesagt. Ja, komm schon. Ciao. Sehr schön. Ich glaube, ich muss es jetzt von der Seite lösen. Ich hoffe es zumindest. Ja. 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 Na komm her! Ciao! Sehr schön! Oh, wir verkaufen sie nicht. Wollen Sie sie etwa verschenken? Sie werden trotzdem bezahlt. Wer ist diese Pearl überhaupt? Wie lange kennen Sie sie? Wir sind Geschäftspartner. Mehr müssen Sie nicht wissen. Okay. Keinen einzigen Polizisten. Wo war der Polizist? Naja, weiß ich nicht. Bewerten? Naja. Sequenz? Oh je. Ich hoffe, ich hab's nicht zu doll übertrieben. Ein bisschen Blattgold hier und da. Ein paar Spritzer Schellack auf das Holz. Alles neu gepolstert. Und wie gefallen dir die Lampenschirme? Okay. Okay. Hä? Okay. Ähm, jetzt gucken wir mal. Was ist das? Gepresste Blumen. Okay. Haben wir jetzt irgendwo eine Hauptquest hier? Nur die hier, ne? Shit happens. Die muss ich auch mit ihm spielen, ne? Dann würde ich sagen, wir machen mal eine Schnellreise. Jawohl. Oh. Jihau. Platsch. Sehr schön. Und das war's wieder für diese Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Bis dahin. Und in der nächsten Folge werden wir natürlich die Hauptquest weitermachen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Have a nice day. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.